und da sind wir zurück beim let's play youtube ja wir haben noch zwei geschöpfe vor uns erst mal der obere ist erst mal dran ja ich muss darauf achten da wo die krähen sind ja beim letzten mal hatten wir hier den makara der war ja nun wirklich easy going ich bin ja mal gespannt was das jetzt erwartet okay ja ich fange da mal mit links an hier scheint mich das irgendwie mit blitze erwarten gucken wir mal der nord himmel iqdrasil ricky solar mauna velpum öruleitli ljósi af þennan stað ich 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 ah ok moment der 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 nicht Moment, 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 Moment. Auf den. Ja, 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 ja. Na toll. Jetzt fängt das ja auch noch mit Rätsel, Rätselgedönse an. Das finde ich ja jetzt ganz pretty. Ich meine, eigentlich wäre es am simpelsten, jetzt den dazu nehmen. Und dann den da. Ah! Der Eichhörnchenbote. Ratataskr. Na. Wo ist das? Sternbilder. Da kann ich bestimmt nachher durch. Ich weiß nur noch nicht wann, wie und wo. Okay, da kann ich auch noch nicht weiter. Ich gucke mal die Karte. Da fangen wir an. Ich bin auf der Wolke. Auf welcher Wolke bin ich denn jetzt? Das müsste ich ja eigentlich auf... ...der Wolke da sein. Jetzt bin ich auf der mittleren. Ah, jetzt bin ich auf der Wolke. Okay. Dann müsste das jetzt... ...die Wolke da sein. Dann müsste das jetzt ja eigentlich die... ...oder auch nicht. Die, die. Ich weiß es gerade nicht. So, jetzt brauche ich ja irgendwo wieder so eine Sternbildangabe. Da haben wir sie. Ach du Schande. Ach du Schande. Jetzt wird es ja richtig interessant. Moment. So, jetzt bist du auf jeden Fall schon mal du da. Dann bist du auf jeden Fall du da. Dann bist du das. Du bist das. Dann bist du das. Du da. Du hier. Du da. Du. Äh. Du da. Du da. Und du da. Ja. Ganz genau. Das... Natürlich. Der kleinste Hirsch. Ah. Guck mal, ja weh die Bieste. Okay. Kann ich da rein? Uiuiuiuiuiuiuiui. Egal. Die Ton hat mein Leben verlängert. Moment. Dann. Nehmen wir nochmal den. Ging eindeutig besser. Okay. So. Dann lass doch mal gucken. Ähm. Du da. Du da. Du. Du da. Das wäre eigentlich richtig gewesen, Leute. Eindeutig. Wo bin ich der? Wo bin ich der? Der hier oder was? Ah, okay. Der da. Gut, dann haben wir doch den. Hilfe. Ähm. Du da. Du da. Du da. Du da. Und du da. Und du da. Und du da. Genau. So. Und wenn ich da jetzt durchlaufe, dann tut das bestimmt weh. Natürlich. So wusste ich das. Ich meine, das Spiel ist schlau genug, dass man nicht runterfallen kann. Aber es ist. Ne? Wo bin ich denn jetzt? Da war der Abbel. Genau. So. Jetzt bin ich da schräg nach oben gelaufen. Das ist dann der. Dann habe ich jetzt da die Verbindung zu der mittleren Insel gemacht. Ganz bestimmt. Das ist hier die Verbindung. Ne, doch nicht, oder? Moment. Ich kann da jetzt runter. Ich kann jetzt hier hin. Okay, hier haben wir Mimir. Genau. Mimir wird mir auf der Karte aber gerade nicht angezeigt. Das finde ich doof. Warum wird mir Mimir jetzt nicht angezeigt? Doch, Mimir wird mir angezeigt. Mimir ist da. Ne, Moment. Hä? Das kann aber eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich impossible, weil da müsste es jetzt hier nach oben weitergehen. Genau. Hier geht es aber nicht nach oben. Aber. Ne, Moment. Das würde ja bedeuten, dass es hier nach links weitergeht. Oh, geil. Das ist jetzt schon kaum. Ey, was willst du denn? Hau ab. Ah, das war zu klar. So, schnell hier durch. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Äh. Ja, ist ja gewonnen, Meister. So, der da. Äh. Der da. Der da. Der. Der. Der hier. Der da. Ähm. Der. Ne. Der da. Der hier. Der hier. Der. Der da. Der da. Definitiv. Der hier. Auch. Ähm. Ähm. Jojojojojojo. Jojojojo. Der da. Der sieht ja schon fast gut aus. Oh. Der. Und. Der da. Genau. Alter. Kehen wir nicht auf den Senkel. Na toll, da habe ich voll im Weg gestanden Scheiße, was ist das denn für eine Kacke hier Na toll Super, Alter Geht ja echt gut los So, es ist auf jeden Fall der da, dann der da Die zwei schon mal Dann kann das eigentlich nur der da sein So Ähm, was geht da nach oben, dann ist das der Der da Muss ich erstmal hier irgendwie, uah Warte mal, das sind die zwei, dann ist das der Und der Der Das ist jetzt ganz toll, muss ich die erstmal abschalten hier So, ich den gerade einmal raus mache Die machen vorher mal Das sind die da Denn die alleine kann nur rumlaufen, das geht noch Der Würde ich behaupten Der da würde ich behaupten Ja Der da Arsch, Arsch Wow Das ist der Ähm Ja, ist ja gut Du da Du da Du da Ja, ist ja gut Woaa, lalalala Oha Harbar Na toll Der da Der da Der da Der, der, der Dann ist es bestimmt der da Nein, der ist es nicht Mal mit dem wieder raus Nee, doch. Moment. Ah! Der. 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 Und der. Das ist doch richtig. Wo habe ich denn jetzt einen Fehler? Achso, Moment. Halt. Halt, 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 halt. Du aus. Du an. Du an. Und dann ist das richtig. Ja. Habe ich jetzt alle an? Ich habe jetzt alle an. Ah. Ja, sehr gut. Á himninum. Elda börn loka. Ulfarnir skoll og hati. Sólina og mánan linnulaus. Ja. Aber die erste Rune. Du hefur fundið Runeina á Norðurheimninum. Halt du áfram að tanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Ginnungagap. Dann ist das hier das. Ne, das ist ja aber da. Dann. Aber hier wäre ja auch noch was. Warte mal. Dann renne ich doch aber da auf die. Ach so. Das ist gar keine. Ja, Moment. Das ist gar keine Himmelspforte. Moment halt. Andere Richtung. Ähm. Ne. Ich will jetzt noch. Dann. Wenn das die da ist. Dann müsste das jetzt. Die hier sein. Da war. Na, super. Da war der eine Hirsch. Dann bin ich hier an dieser äußeren. Das ist dann. Ist dann die. Das ist die hier unten. Dann kann ich eine höher laufen. Da müsste dann auf der linken Seite was zu sehen sein. Genau, da war der Apfel. Genau, da war der Apfel. Da war der Apfel. Dann bin ich jetzt auf der. Und dann kommt da über. Über. Na, super. So, auch mal ausweichen hier. Au. So, dann ging es hier hoch. Hier oben ist Mimir. Hier fehlt ein Sternbild. Hier fehlt ein Sternbild. Okay, das bist einmal du. Dann bist du das? Nee, du bist das nicht. Wieso bist du das nicht? Moment. Moment, das ist... Der. Achso. Der da. Der hier. Der da. Das ist bestimmt der da. Dann bestimmt der. Dann bestimmt der. So, dann wäre es der nächste Schräge. Das wäre der da. Und der. Ja. Haha. Wüsste? Der Bote des Eschenbaums. Mal gucken. So, hier lerne ich bestimmt nämlich einen neuen Spell. Haha, sag ich doch. Aber den hab ich doch schon. Auf jeden Fall hab ich jetzt drei Aufladungen von dem. Da hab ich mal gerade ein bisschen Heil hier. Ja, aber dann war das ja gar nicht Mimir. Dann ist das ja was ganz anderes. Moment. Das... Jetzt wird's aber kurios. Weil das ist dann ja hier nicht richtig. Ja, das ist ja eindeutig die. Ja. Gut. Boah. So. Aber hier rüber war Mimir. Hier war Mimir. Mimir hilft mir jetzt aber nicht mehr. Machst du das vielleicht nochmal, du blöder Vogel? So, ich glaube, hier kann ich... Kann ich einmal abkürzen. Dann kürze ich mal hier ab. Hier bin ich doch aber verkehrt. Hier bin ich aber eindeutig... Hier bin ich aber eindeutig verkehrt. Hier bin ich eindeutig verkehrt. Hier bin ich aber... Hier bin ich... 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 Hier bin ich...